Was remt sich oft hier? Udia! Er ist direkt über mir. Er schreit mich wieder an. Hier direkt in die Schnarze brüllen! Ah! Wir spielen den Tiger Udia. So, letztes Mal wurde auch gesagt, Maxim, du hast hier eine ganz schlimme Sitzhaltung. Die ist absolut furchtbar, haben die Leute gesagt. Da kann ich nur sagen, Q! Bam. Bam. So, zack. Oh, hat ihr Q, Alter. Zack. Ja, sieht gut aus. Wir müssen natürlich sie zum Surrender zwingen, indem wir früher Level 2 werden. Und dann sie einfach nur zerkratzen. Oh, close. Du bist einfach dem Tiger Udia nicht gewachsen. Ja, Q! Leute, der Udia, der ist eine Spaßkanone. Und mit Spaß meine ich Krieg. Ah, das sind diese Momente, wo man einfach nur denkt, what the hell? Ah, ich bin verflucht. Shit. Oh, das hat sogar getroffen. Bam. Bam. Sustain Mode aktivieren. Hey, sie hat natürlich einen Level 6 Power Spike, den wir nicht haben. So etwas besitzt Udia einfach nicht. Aber sie braucht Udia auch einfach nicht. Hier unten ist ja richtig Bambule. So, ich probiere jetzt mal was. So, und es geht los. So, der hat mir völlig vergessen, wer ich bin. Das heißt, wir rennen auch einfach weiter. Zack, du Bastard! So, das war auf jeden Fall ein TP, was sich gelohnt hat. Bastard sagt man übrigens nicht. Bin ja so ein bisschen im Udia-Mode. The Rage is beyond your control. Ich meine, er sagt es ja selbst. Your turret has been destroyed. Ja, das ist halt so. Ilaoi kann halt ein bisschen besser pushen als ich. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen zurück. Nehmen wir eine Puts. Und jetzt gehen wir auf Vollidassi drauf. Sehr, zack, das ist ja. Ja, es ist einfach nur alles geplant. So, zack. Ja, das ist halt... Ich meine, es ist ein Champion ohne Skillshots. Das ist halt wie gemacht für mich. So. Oh, shit. Ja, ich hab mal den... Oh, shit, ich hab grad Flash gedrückt. Ja, den hab ich natürlich hart in die Schnauze gehauen. Okay, das ist der Moment, wo wir uns zurückziehen. Shit, das hätte ich vielleicht müssen. Ah, das ist ärgerlich. Das schneide ich natürlich raus. Oh, alter DMF. Okay, der ist schon mal absolut crazy. So, den müssen wir jetzt hier niederschießen. Oh, okay. Ich bin ein bisschen golden. Aber... Oh! Ha! Hab ich dich! Stück. Oh, der ist ein krasser Typ. Oh, shit. Das sind mir viel zu viele Tentakel. Ah, der muss mal übelst Dodgerino machen, ey. So, den schlitz mal jetzt hier risch auf. Man, die ist hier noch näher. Oh, die ist ja übel dumm. Okay, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo der Intelligenzgrad sehr, sehr niedrig ist. Uh, das ist ja cool. Nein, ich hab geqt! Alles egal. Komm her an. Ich bin Chase Master 3000, alter! Schnell, 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 schnell! Wir brauchen einfach nur einen krassen Dude, der hier einfach rein geht. Oh, das ist aber gut verteidigt. Das war leider gut verteidigt. Uh! Oh, jetzt muss ich aber schnell sein. Ich gebe alles, Maxim. Oh, das sieht so aus. Oh, shit. Ich wollte noch rechts fliegen. So, können wir jetzt hier mal bitte alle umbringen? What? What the fuck? Ich konnte das überleben! Ich habe ihn dreimal tot gesehen. Jetzt töte ihn ja der Drake, oder so. Das ist ja wieder für ein Game! So, jetzt töte ich die. Oh, ich brauche echt mehr im R. So, jetzt. Tiger, schlag zu! Alter. Ja, das ist wieder so ein Game, was sich sehr seltsam entwickelt, Leute. So, hier rennen wir raus. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und dann nehmen wir mal wieder rein. Na, wir müssen nur... Wir müssen die halt nur alle töten. So, jetzt aber so. Oh, shit, Alter. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier super viel Land gewinnen. Okay, das war gut. Dann müssen wir raus. Dann müssen wir hier ein bisschen verteidigen. Dann müssen wir also wieder rein. Und dann müssen wir wieder raus. Und zwar ganz schnell. Scheiße. Okay, das war schon mal sehr gut. Ne, das muss doch mal angreifen. So, ich lebe das nicht gut aus. Oh, shit, Alter. Kommt denn dieser Damage? Okay, also den Turret so zu verteilen, dem ist in jedem Fall eine interessante Entscheidung. So, den Turret habe ich jetzt einfach mal genommen, weil ich es kann. Oh, shit, Alter. Oh, nein, nein, nein. Das wird jetzt zu kritisch. Das wird mir zu... Zu heiß hier. So, ich muss auf jeden Fall hier raus. Okay, das ist eine gute Welt. Das ist eine ganz schlechte Idee hier. So, man muss halt echt viel dancen, bevor man einfach nur eiskalt rauskriegt. Alter, das ist nicht tot. Jetzt müssen wir jetzt überleben. So, okay. Das ist ja einfach nur alles viel zu stressig. Miau. Das ist der Moment, zu scheinen. Ah, der Setter verteilt ich das irgendwie. Fuck! Ah, vielleicht hätte ich bei meinem Team bleiben sollen. Vielleicht hätten wir das ja auch geschafft. Aber das kann ich leider nicht, äh, äh, beweisen. Scheiße.